Die schnellste Verbindung auf dem See ist der Katamaran, der mit 40 Stundenkilometern den See im Stundentakt zwischen Konstanz und Friedrichshafen überquert. Bis zu 182 Personen transportieren die Katamarane schnell und komfortabel. Steigen sie ein und bekommen sie mit uns einen kleinen Vorgeschmack auf eine echte Erlebnisfahrt mit dem Bodensee-Katamaran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020